der wurs und hallo ich begrüße euch heute machen wir wieder herausforderungsvideo und zwar es geht darum um diese aufgabe von heumichel bei der farm sagt sich meine suche auf der farm nach hinweisen jetzt leider schon gemacht weil das mikro nicht warte hat man es nicht gehört aber ich werde euch sagen wo die vier sahen eben sind und dann gehen wir mal in die runde let's go vorne meine freunde zusammen in der runde immer beim busfahrer bedanken ganz wichtig ist eine aufgabe dass ich das gemacht habe ich glaube 100 mal mir ist das auch mal und das ist eigentlich immer jedes mal wenn man da unten kommt man schafft glaube ich in der season schon die 100 runden und von dem her hat es eigentlich kein problem sei ihr habt neben der farm eben die wo mehr durchsicht habe ich schon eins kalt ist es unten bei diesem holz sieht man schon eins da war der erste versteckte hinweis weil bei mir aber ich mit kann es sein und deswegen ist eigentlich ganz easy es gehen wieder welche mit das war dort unten der versteckte hinweis vielleicht kommen das dann noch mal da war der erste hinweis und der zweite hinweis der liegt er schon unten normalerweise der ist der zweite hinweis ich zeige es euch noch mal auf der karten wohl bin genau macht es einfach bloß nehmen und dann habt es eigentlich die aufgabe servus und jetzt machen wir noch mehr herausforderungen video zu den heumichel und die werde ich sagen wird sie das am schnellsten lösen kennt sie zwar gleich mal die aufgabe und zwar was da eben ein heumichel phase 2 von 5 besuche die lieblingsorte von eisner bauer und das werde ich sagen jetzt genau in die runde so meine freunde wir sind jetzt in der runden trainer das sieht man eben die drei sagen wo man besuchen muss und jetzt einfach mal gesagt man flippt mal da rüber und holt sie das ufo und dann kommen sie mich einfach mit diesem ufo opfliehen und das macht mehr zeit einmal mit dem mann mal so kommen es eigentlich an einfachsten mal ein fliegt her ist ufo ist unten dann sexes den ersten ort ja den ersten haben wir dann fliege zu dem zweiten rüber sogar da haben wir da waren der war glaube ich die aufgabe macht aber das hat mich sehr gefreut kennt ihr das video leiten abonniert den kanal bedankt euch alle für die unterstützung euch er kämpft mit sie scharf freunde und danke der wo sie begrüße ich alle nummer jetzt machen wir nochmal das herausforderungs video nummer teil 3 und zwar geht es eben um die sache und holmichel platziert schilder zur vermissten suche in webbing woods oder im ist die mädels jetzt sagt sich beim ist die mädels und jetzt gehen wir in die runde let's go freunde so meine freunde ich habe auf der marka auf der karten schon ist die mädels markiert ein busfahrer bedanken immer sehr wichtig eine aufgabe dann werden wir mal vorn reich fliegen und dann wäre ich sagen wo die ganzen schüttel sind ist eigentlich nicht schwierig ich finde es einfacher wenn man es beim ist die mädels macht wie bei webbing woods weil bei webbing woods das sind ganz schön ja wie es so sagen besser verteilt ich finde es da angenehmer beim ist die mädels die land er eigentlich meistens müsste mädels mir gefällt die studien wir sind jetzt vorn beim ist die mädels da ist das erste schüttel zwar nicht schwierig dann könnte diesen aus köpftes worte man kennt es eigentlich gleich die truhe a looten weil dann habt wenigstens erwarten ins klären anfang eines blitz und eben der hinten ist das dritte es ist ein schwierig dann geht es über diese brücke und von signas er dann schon das eben dort das vierte schüttel ist ihr hofft das video hat euch geholfen wenn euch das video geholfen hat los select ab und jetzt den kanal aktiviert die glocke ich erkept mit schau danke servus und hallo ich begrüße euch zu herausforderungs 4 von heumichel und ich zeige euch was ganz genau machen wir gehen mal ganz ganz genau drauf und zwar sammle ein prepper leitfaden auf und ich zeige euch wo ganz genau ist let's go in die runde so meine freund jetzt haben wir unten wieder bedanken beim busfahrer ganz wichtig aufgabe und dann fliehen wir mal ganz genau zu video 16 wisst soll ich wo das ist von in der mitten von slurpy und misty meadows unter fliehen wir eben mal hin schlotz des garagenkreis jetzt durch wenn das büro eine und da liegt es schon interagieren leitfaden nehmen dann habt ihr schon die aufgabe ab 3000 xp bekommt der wasser nur jetzt machen wir nur das letzte herausforderungsvideo und zwar jetzt darum jetzt sage ich das mal die letzte heumichel herausforderung sammeln sofort gegenstände auf und kriegt man 3.000 dafür und ich zeige euch wie man das macht und let's go in die runde freunde so meine brand jetzt einmal wieder in der runden und zwar eben die farm bietet sie da eigentlich auch tatsächlich bei dem busfahrer bedanken ist eine aufgabe und ich zeige euch mal wo es die sofort gegenstände findet ihr kennt es aber woanders die aufgabe einmal müsst nicht unbedingt da runterkommen aber da bietet sie das am besten eigentlich auch weil die meisten sofort gegenstände hat eben sprich der kohl oder äpfel kommen auch sammeln und dann ist das eigentlich gleich macht sehr bei retail road zum beispiels also blumen blb bettenden da kommen wir jetzt haben wir mal cool ich sage euch dass das mit die äpfel anna funktioniert dass er neben die äpfel die comas sammeln sind auch sofort gegenstände und schon hat man die aufgabe erledigt wenn euch das video gefallen hat lust so leichter und jetzt den kanal aktiviert die glocke um nichts zu verpassen hat es verbesserungsvorschläge schreibt es in die kommentare bleibt mich freuen danke für euch und support euch erkennt sie tschau servus